Wolny-Tochter Sarah Jane macht sich Sorgen. In ihrer Instagram-Story schüttet sie ihren Fans ihr Herz aus. Dort erzählt sie, zur Zeit in der Nachtschicht zu arbeiten und es nicht zu schaffen, gesund zu kochen und zu essen. Boah, ich muss mit meiner Ernährung echt wieder klarkommen. Richtig schlimm momentan, meint sie. In den letzten Monaten hatte Sarah Jane es, wie auch viele ihrer Schwestern, geschafft, einige Kilos zu verlieren. Seither zeigte sie sich so schlank wie schon lange nicht mehr. Jetzt droht sie aber, wieder in alte Muster zurückzufallen. Niedergeschlagen, erklärt Sarah Jane. Irgendwie kriege ich jetzt aktuell den Bogen nicht. Ich will nicht wieder da enden, wo ich mal war. Erste Veränderungen habe sie bereits beobachten können. Ich habe auch tatsächlich schon wieder zugenommen. Nicht viel, aber trotzdem. Deshalb wolle sie das Thema Ernährung in Angriff nehmen und ihren gesunden Lebensstil wieder aufnehmen.